Willkommen zu dieser geführten Meditation von Open Up. Diese 10-minütige Achtsamkeitsübung ist dazu gedacht, dir positive Energie zu schenken. Setze dich bequem auf einen Stuhl und lehne dich leicht nach vorne, sodass dein Rücken frei von der Rückenlehne ist. Stelle deine Füße nebeneinander auf den Boden. Du kannst ein bisschen mit deiner Körperhaltung experimentieren, bis du eine gemütliche, aber auch aufmerksame und aufrechte Haltung gefunden hast. Ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Wachsamkeit. Eine Haltung, die du für die nächsten 10 Minuten auf angenehme Weise beibehalten kannst. Schließe deine Augen oder lasse deinen Blick ein paar Meter vor dir sanft auf dem Boden ruhen. So fällt es dir leichter, deine Aufmerksamkeit bei dir und deinem Körper zu halten. Zunächst möchte ich dich bitten, deine Aufmerksamkeit auf all die Stellen deines Körpers zu richten, die den Boden oder den Stuhl berühren. Nimm dir so ein paar Augenblicke Zeit, um in dieser Sitzposition anzukommen. Spüre die Berührung deines Körpers auf dem Stuhl oder der Oberfläche, auf der du sitzt. Nimm zur Kenntnis, dass du von dieser Oberfläche gehalten und getragen wirst. Lockere deine Schultern, entspanne deine Gesichtsmuskulatur und versuche alle Spannungen im Körper loszulassen. Und dann konzentriere dich auf deinen Atem. Nimm die Luft wahr, die durch deine Nase einströmt, in deine Kehle fließt, in deine Lungen und diese mit Sauerstoff füllt. Und dann, mit dem Ausatmen, entleeren sich deine Lungen wieder und die verbrauchte Luft strömt hinaus, wieder durch deine Kehle nach oben, in die Nase, bis sie deinen Körper durch die Nasenlöcher verlässt. Beobachte diesen natürlichen Rhythmus des Atems, ein und aus, ein und aus. Und hänge dann deine Aufmerksamkeit auf deinen Brustkorb. Dort, unterhalb deines Brustkorbs, liegt das Herz. Wenn du genau hinhörst, kannst du vielleicht sogar deinen Herzschlag spüren oder hören. Spüre, wie dein Herz frisches Blut durch deine Adern pumpt. Das Herz ist auch ein Symbol für Liebe und positive Gefühle. In unserer heutigen Meditation wollen wir uns also auf Wohlwollen, Liebe und Mitgefühl konzentrieren. Ich lade dich ein, an etwas Positives zu denken, das dir heute widerfahren ist. Etwas, was dich zum Lächeln gebracht hat. Und wenn es nicht heute war, kann es auch gestern oder vorgestern gewesen sein. Oder irgendetwas, das dir in den Sinn kommt. Visualisiere diese freundliche Geste oder positives Ereignis oder den schönen Moment vor deinem inneren Auge. Atme Positivität, Freundlichkeit und Liebe ein. Atme Positivität, Freundlichkeit und Liebe ein. Möglicherweise taucht ein Lächeln auf deinem Gesicht auf. Lass es sich ausbreiten. Lächle nicht nur mit deinen Lippen, sondern mit deinem ganzen Körper. Und dann kannst du die Erinnerung loslassen, während du gleichzeitig das positive Gefühl dazu einlädst, noch ein wenig länger zu bleiben. Als letzten Schritt in dieser Meditation wollen wir dieses positive Gefühl ausweiten und mit anderen teilen. Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn, der gerade etwas Wärme, Liebe oder Mitgefühl gebrauchen könnte. Das kann ein geliebter Mensch sein, eine Person, die dir nahe steht oder jemand, den du kaum kennst oder vielleicht sogar du selbst. Visualisiere diese Person vor deinem inneren Auge oder formuliere im Stillen ihren Namen. Und dann sende dieser Person etwas Wärme, Liebe, Mitgefühl. Sende ihnen gute Wünsche für ihr Wohlbefinden. Wenn du möchtest, kannst du diese Meditation abschließen, indem du deine Hände aneinanderreibst, bis du spürst, wie sie beginnen, Wärme abzustrahlen. Und dann lege deine rechte Hand auf deine Brust, auf dein Herz und die linke Hand darauf. Wann immer du bereit bist, kannst du langsam zurückkehren. Vielen Dank, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich hoffe, dass du dieses positive Gefühl in den Rest deines Tages mitnimmst. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!